Was geht YouTube O und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorping Plays. Leute, heute gibt es ein Video Fortnite mit Timo zusammen. Das ist Antons Mitbewohner, also auf jeden Fall Gönnen, Freunde, würde ich sagen. G steht für Gönnen. Viel Spaß beim Video. Wir haben eine coole Runde für euch. Jetzt sind nicht die meisten Kills geworden, aber trotzdem nice. Let's go! Kann man noch reinzoomen? Oh, man kann krass. Man kann sogar noch reinzoomen. Man kann so krank. Ich kann dir direkt sagen, ich will da hin oder ich will da hin. So lustig. Okay, lass Double L gehen, oder? Ja. Wann schlägst du raus? Ähm, wenn ich ungefähr hier bin. Okay. I used to think that I cannot go on. Ja. Das ist schön. Das ist wunderschön. Von wem ist das morgen? I believe I can touch the sky. Okay. So, ich lande perfekt mit Double L, Mann. Ja, ich glaube ich auch. Vielleicht, ich könnte theoretisch auch Bricks, glaube ich, echt gut landen, oder? Könntest du auch gut landen? Und du landest echt mit Double L? Oder Bricks? Ich bin auch. Wir können auch beide Bricks gehen. Lass Bricks gehen, lass Bricks gehen, oder? Lass auf Bluff noch. Ich bin oben. Okay, ich gehe hier auf die Treppe. Ich habe bis jetzt absolut nur eine graue... Hier ist eine Dingens. Hier ist noch eine. Hier ist auch Munition. Ich nimm es jetzt mal nicht. Double L ist umgelooted und da ist auch keiner. Das ist echt crazy. Ich glaube, deine Vermutung war absolut richtig, dass hier keiner hingeht. Ja, Big Shilton. Ich habe jetzt diese Tommy Gun. Machst du eine Shotgun schon? Nee. Hier. Wenn ich jetzt wüsste, wie gut diese Double Pistol ist, dann würde ich sie spielen. Die ist gut. Ist gut? Ich kann sie auch dir geben, weil dann... Warte, oben auf dem Dingens, auf dem Bricks, oder? Ja, auf dem Bricks ist gerade runtergesprungen. Hier ist auf jeden Fall Action. Wollen wir Richtung Main gleich laufen? Hast du die Falle platziert? Ja. Die ApoRed-Falle? Neben mir sind welche. Der eine baut absolut in den Himmel. Ja, wo sind die hier? Da oben bauen die sich gerade hoch. Ah, okay, hier ist noch einer. Warte. Einen habe ich unten. Okay, da oben ist noch der andere. Oben sind zwei. Oben sind zwei. Hab noch einen. Okay, stark. Warte. Der letzte ist ganz oben ruhig. Der ganz oben ruhig. Warte, warte. Ich schmeiße so einen Granaten. Sehr gut. Okay, sind alle da und sind alle da und. Wobei, nee, warte mal. Eigentlich müsste noch einer da sein. Einer ist auch noch irgendwo. Ja, er ist noch ganz oben. Warte. Sicher, dass das oben ist? Ich höre einen unter mir, glaube ich. Doch, er muss hier sein, Digga. Ah, die ist auch eine Tommy Gun. Ich habe noch einen gehört, auf jeden Fall, ne? Ich wüsste, wie gut die halt ist. Die ist gut, der Nachkampf. Nachkampf. Locker kämmt der irgendwo, Digga. Und betet gerade richtig zu Gott. Mit zwei HP. Die werden Granatwerfer. Und theoretisch könnte ich zwei Medikits. Digga, das alles ist hier ungelootet. Ich schwöre, es waren zwei Leute in Tilted. Schaue ich, ob der andere Typ sich einfach in Luft aufgelöst hat. Digga, wie viele Kissen sind in diesem Haus hier? Ich habe jetzt hier schon zwei gefunden. Und hier ist einfach noch eine. Und wir sind auch noch in der Zone, Digga. Nope. Nice, Fallschaden. Digga, das müsste man eigentlich, das Video müsste man eigentlich so in den Geisterstadt Tilted Towers. Echt krass. Also so habe ich es wirklich selber noch nie gesehen. Jumphead habe ich gefunden. Ja, dann nehme ich den hier. Oh, perfekt. Besser geht es nicht. Dann habe ich noch einen Biggie übrig. Es gibt nichts Geils, als mit einem Slurper blau und grün voll zu machen. Mein Lot ist eigentlich gut. Ich habe jetzt nur eine grüne AR. Das ist das einzige Problem. Feuerwehr kommt auch schon wieder. Aber Baumeister Pro macht schon Sinn, so diese Steuerung. Okay, ich habe jetzt noch zwei Big Shieldies. Digga, das ist jetzt einfach so der gesamte Tilted Loot. Nur für uns beide. Irgendwann werden aber die ersten hier auch herkommen. Jetzt müssen wir jetzt einfach mal so einen safe Win einfach mal holen. Digga, mein Loot ist echt krank. Mittlerweile bewegt mich, ich habe es auch so lange gezockt, ich beweg mich nicht mehr ganz vielen Recruit-Bots. Ich höre Steps neben mir. Oha. Ja. Ich gehe aufs Dach. Hast du geschossen? Oha, ich habe ihm direkt ge- Ist er direkt gestorben? Ja. Also direkt eliminiert? Ja, hier ist nur eine blaue AR und eine blaue Pump. Die AR könnte ich brauchen, aber alles gut. Ich dachte, er hat mich so abgefuckt und er hat mich jetzt angeschossen. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie ich das eigentlich rauszette. Jetzt habe ich noch zwei Minis hier. Ja, die hole ich schnell. Ja, nur die in dieser Seitenkiste. Wir dürfen jetzt einfach nur keine One-Shots kassieren. Wenn man abbaut, das ist so laut, das müsste man irgendwie hacken können, dass es geräuschlos ist. Ich würde sagen, Tilted House war echt nur für uns. Oha, Biggie, Digga. Oh, warte mal, habe ich eine Falle? Ja, habe ich. Digga, das ist die mieseste Falle der Welt. Hier liegt einfach ein Biggie, weißt du? Die werden so reinlaufen. Oha, man sieht die halt auch gar nicht. Wollen wir uns bewegen? Ähm, können halt da hingehen, weil ich glaube, da ist safer so. Okay. Die Leute kommen ja von hier. Ja. Es kommen nicht mehr so viele von da. Es schmerzt schon so ein bisschen, da alles so zurückzulassen. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen, benutze den Einkaufswagen. Stell dir vor, es gäbe so eine Minimap wie ein Call of Duty vor uns. Ja, die sind da, die sind da. Der eine ist so One-Shot. Alter, ist der One-Shot. Ja, ich fuck die ein bisschen ab. Pass auf, dass du dich nicht selber killst. Stark. Das war ein gutes Teamwork. Noch ein Biggie. Hast du Leben verloren? Nein, natürlich nicht. Nee. Ah, hier ist die blaue Tommy Gun. Keine Ahnung, was du jetzt machen. Hast du auch einen gekillt oder war es nur einer? Nee, ich habe auch einen gekillt. Aber ich frage mich, wo der, dem sein Loot jetzt ist. Was ist hier alles drin, Digga? What the fuck? Das ist eh auch safe in Falle, oder? Ich frage mich, jetzt soll ich die Sniper nehmen? Digga, hier wurden irgendwelche Leute gesnipet oder so. Ja, da oben. Ja. Da oben auf 575, da sind die oben. Die bauen. Okay, Digga. Und hier ist noch ein Granatwerfer. Nein, nein, auf. Ey, ich könnte den, oh, wir müssen gleich Jumped in 30 Sekunden. Ich habe noch einen Jumped gefunden gerade. Echt? Ja, nein, ist gut. Ich nehme lieber auch den Granatwerfer jetzt mit. Okay. Okay, lass Jumped. Wo wollen wir hinfliegen? Zu denen hoch? Nee, nee, wir fliegen in die andere Richtung. Okay, sag ich dann. Bah, brauchst du Baumaterial? Nee, ich habe viel, ich habe viel. Ich habe fast alles. Wo wollen wir hinfliegen? Sollen wir zu bauen? Die Zone wird, glaube ich, nicht so schnell sein. Wir werden auch ohne Jumped wahrscheinlich. Ja, ja, lass erst mal. Oh, no. Ich habe gejoked. Ja. Aber nicht so schlimm. Ah, die versuchen wegzulaufen. Die versuchen zu Dusty rein. Ja, warte mal. Hast du die hier gesehen, die hier von ihrer Base weglaufen? Ja, habe ich gesehen. Wollen wir mal kurz Outlook ziehen? Aber hier kommt jetzt jetzt die Zone. Lass erst mal kurz, lass so Richtung hier hingehen. Da können wir die richtig töten. Okay. Oder wir können auch theoretisch hinfliegen jetzt zu denen, wenn du willst. Wo bist du drauf? Willst du machen? Ja, warte. Einfach direkt bauen, oder? Ohne großartig Treppen. Wo bist du? Brauchst du das Jumped oder soll ich es bauen? Ja, ich brauche. Okay. Da. Ja. Direkt vorn. Ich hoffe, du bist jetzt ungefähr bei mir gelandet. Oh, die haben diese Pads. Die werden auch nicht schießen. Okay, einen habe ich. Einen habe ich. Auf der anderen Seite. Hier ist noch eine Ding ins. Diese andere Shotgun. Bei mir ist noch eine goldene Shotgun, wenn du die Handy spielen willst. Ich spiele jetzt nicht mehr. Ich spiele nicht den Granatenwerfer. Ich spiele jetzt einen Sniper, weil ich habe nur drei Schuss. Okay, ich habe genug Granatenwerfer Schuss. Direkt nächste Zone? 3,30. Wir Hardcore werden, wenn wir reinfliegen und einfach Action machen. Aber es lebt nicht mehr viel. Drei. Drei. Wir können easy gewinnen. Ja, lass mal versuchen, ihn zu gewinnen. Die Freude ist da, Mann. Er ist gleich gestorben auf 2,40. Achso, du hast ihn gerade einfach gesniped. Ja. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt gucken. Okay, wo guckt er jetzt? Die werden hundertprozentig Auge machen. Wir müssen eigentlich rüberfliegen. Ja, ich würde auch fliegen, Ratte. Hier, schau mal her. Noch höher bauen oder hier schon drauf? Nee, 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 pass, pass. Ah, ich sehe ihn. Da oben ist er. Warte, ich snipe ihn jetzt. Er wird ja nicht hochfahren, sage ich dir. Warte, das sind, glaube ich, Einzelne, oder? Stimmt, es lebt nur noch einer. Okay, lass hin. Du musst ihn einfach nur runterschießen. Boah, er macht richtig Auge, weil er so High Ground hat. Er ist bei dir. Stop, zu dir. Nice. Let's go. Dann ist den Win mal easy geholt mit 11 HP. Okay, Leute, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Checkt auf jeden Fall Timos Kanal ab. Haut rein. Bis dahin und ciao.